Ja, und ich denke, nicht nur ich vermisse diese Sendung. Ein aktuelles Wochenformat mit sieben sehr unterschiedlichen Komikern, die nicht nur austeilen, sondern auch über sich selber lachen können. Ja, gibt's leider nicht mehr im Fernsehen. Naja, auch bei Apple denkt man darüber nach, dass beim nächsten iPhone gar kein Telefon mehr drin ist. Ja, weil die meisten User überwiegend Selfies damit machen. Oder sie fotografieren ihr Essen. Mit dem nächsten Samsung Galaxy soll man sich sogar die Beine rasieren können. Also mir persönlich fehlt beim Handy eigentlich nur noch ein Korkenzieher. Aber ich glaube, ich schweife ab. Auf Selfie in Delphi kam ich durch meinen Vetter. Yes, Heinz Back is Back, äh Back. Übrigens auch der großen Nachfrage wegen. Äh, und auch meine Jammer-Tante Mimi lässt ihrem Unmut freien Lauf. Ach, Kalle, musstest du das so ausdrücken? Dann gibt es noch meine emanzipierte Nichte Jennifer, einen aufgeblasenen Fernsehverkäufer, einen bonierten Talkmaster, mein sprechendes Schaf Dolores, Tachzahn in meinem Musical und, 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 ja, wie gesagt, eine Menge Abwechslung. Keine Frage, die Bühne. Das einzige Fernsehstudio, das einem Theater nahe kam, war die Runde in Sieben Tage, Sieben Köpfe. Rund, weil es einem Zirkus ähnelte, in dem man die Zuschauer ganz nah um sich herum hatte. Zum Anfassen, quasi. Comedy hieß früher ja mal Kleinkunst, war aber im Grunde nichts anderes, außer dass Kleinkunst sehr selten in riesigen, unpersönlichen Hallen stattfand, in dem die Zuschauer weit weg sind von dem da oben, den sie nur noch auf gigantischen Bildschirmen erkennen können. Lohnt sich da nicht eher eine DVD für zu Hause, statt für eine Nummer in Reihe X zu hocken? In den letzten Jahren fast nur noch Akkordeon. Obwohl ich an der Musikhochschule klassische Gitarre studiert und diverse Liederbücher für Gitarre veröffentlicht habe, blieb doch das Akkordeon mein Leibinstrument. Übrigens präsentierte ich mit neun Jahren meine erste öffentliche Ein-Mann-Show in der Garage meiner Eltern. Ja, damals war die Bude voll und die Nachbarkinder waren begeistert. Ich spielte übrigens auch ein großes Akkordeon damals, das Hohner Concerto 3. Und alle riefen, guck mal, da steht ein Akkordeon mit Füßen. Heimatlos heißt ein Lied, in dem das zeitgeistig Moderne, das was up-to-date ist, dem entgegensteht, was mich wirklich bewegt und ausmacht. In Ich möchte 1960 an die Côte d'Azur besinge ich die Sehnsucht nach einer Zeit ohne Stress und Beschleunigung, nach Natürlichkeit und Bescheidenheit. In dem Lied Titten wiederum präsentiere ich das Moderne, was uns von allen Seiten um die Ohren gehauen wirft. Die Musik mit meinem Akkordeon ist für mich wie wie eine kleine Insel, nach der sich wohl manche gestresste Seele sehnt.